Hallo und herzlich willkommen zu monkey in enslaved ich hoffe ihr habt alle eure m&ms parat oder schreit da unten geht es weiter man ist die kaputt diese brücke aber immer noch gut genug für uns aber wenn wir schon schwierigkeiten haben darüber zu kommen wie schafft das dann eigentlich überhaupt diese unglaublich schwere mehrere tonnen aufweisende köter metallköter ok hast du eigentlich ist ja nicht klar dass du in deiner lederhose eine laufmasche hat ach was mensch du und deine weisen kommentare pass mal lieber auf da vorne sind mechs und ich weiß dass du kein kann siehst du das nicht muss doch nichts kennen da vorne sind mechs ich komme nicht vorbei schalt zuerst den turm aus wie war denn das da muss ich richtig dran gehen an den turm aber der schießt jetzt schon der macht ja hier die grünung kaputt schild ist wieder da ich kann weiter ach so ich würde ja natürlich auch eigentlich ihren ach so das wollte ich nicht machen aber ich hoffe ihr habt was gegessen das wollte ich machen schaue männer so wäre es was helft weil es welchen geschützt dann und damit die ganzen weg so bekomme ich jetzt gar nicht komme ich da jetzt hier nein jetzt ist mein jetzt gehört mir sauber ritzki ich glaube dass die asthma hat oder sowas aber ich würde jetzt ja hier warten bis der hund kommt und dann tanz tanz du flittchen ach man macht mir wieder schenkt mir wieder gar keine beachtung oh ja die gehören alle mir hey irgendwas stimmt hier nicht alles ok ja noch so eine störung gehen wir einfach weiter anscheinend sieht sie diese störungen nicht so lass mich da durch ich muss doch wo die sammeln kann ich endlich hier jetzt ah schade ich darf mein mein surfboard nicht machen nicht ausprobieren ist ja schade ich dachte das dürfte man überall ausprobieren und benutzen bei dem ist nicht so so jetzt müsste ich da rüber nochmal springen komm ich denn hier rüber ne ähm um da die goodies einzusammeln aber es sind auch nur drei das kann ich vielleicht verkraften oder ich spring einfach hier nochmal rüber komm so viel zeit muss sein drei goodies aufzusammeln für dieses let's play dafür mach ich die folge bisschen länger so nämlich genau 15 sekunden so lange wie das hier gedauert hat uh da oben sind noch mehr sachen so lustig frage wie ich da hinkomme ah da muss ich wahrscheinlich rüber springen so ein bisschen schade dass die kletterpunkte tatsächlich immer total gesetzt sind also nicht so richtig generisch ah das ist keine keine waffe keine munition sondern das ist health und da ich das ja ohne einen kratzer überstanden habe brauchte ich dieses health überhaupt nicht so liebe tristras ne trip ich sag aber triss tatsache hier hat die zwei laufmaschen in ihrer lederhose ich komm nicht drüber weg wo hallo susi ne das stimmt gar nicht hallo susi wir sind fast da hier wird wieder gescannt da sind überall geschütze es wird schwer werden an ihm vorbeizukommen nein ich brauch nur ein einziges geschütz weg zu machen und dann ist gut warte das fahrzeug vielleicht kriegen wir es ja in gang ach ja wie denn das geht nicht wir haben eine energiezelle denk dran tja ein fahrzeug das würde mir natürlich auch gefallen huah ha die sind schon unangenehm hier huah vergiss es ah so das war für euch ha 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 es wird schwächer vorsicht eigentlich könnte man das so ähm singen wie bei bei dem käse ok ok voll geladen krudis 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 so und jetzt äh liebe freunde ähm wird gefressen weil hey hey ok die ist schon mal gelaufen dann hat schon mal geklappt läuft wenn es geht da kürze ok ok cool also erstes panzerfahrzeug fahren und zack ist sie drin jetzt mal gucken ob sie das in gang kriegt ich setze die batterie ein lass mich mal versuchen zu oh Mist die Schaltkreise sind durchgebrannt ok ich versuche mal ob ich oh sorry oh ja das Antriebssystem funktioniert noch ok Monkey steig ein äh ja lass mich da einsteigen was ich bin noch nicht drin ich krieg nicht raus wie das mach langsam mach langsam nein was macht die Hölle fahr nach rechts nach rechts alter Schwede Frauen haben Steuer sag ich da nur alter Schwede was geht da war ein Bug das hätte ich nicht fallen dürfen alter Schwede der springt da nicht so richtig bin ich da in der falschen Ecke oder was ich hab da hin müssen na gut ich glaub wir haben's geschafft dich zu schützen ist ja schon schwer genug aber wenn du uns beide unbedingt umbringen willst Monkey beruhige dich sieh mal wo wir sind die Absturzstelle hier ist das Sklavenchef abgestürzt wir sind da wir sind da oh ja und noch jemand ach du liebes bisschen und ich darf jetzt surfen das hab ich schon gesehen ich muss hier bekämpfen oh ja und weg bin ich juhu sehr gut lähme ihn okay dann muss ich erstmal hier den auswählen und jetzt muss ich mal gucken wo ist der überhaupt oh der ist ja schnell ist ja unangenehm wow so muss das gehen ich glaube das ist die einzige Möglichkeit und das bedeutet aber dass ich relativ viel zu tun haben werde ach guck mal hier kann ich auch oben hochfahren das ist ja auch gut so komm her juhu hier bin ich na na lieber Köter was wird dir los oder ist das der gar nicht doch das ist doch der Köter hi hi ah jetzt hat er plötzlich vielleicht macht ihm richtig Schaden nur mit dem krassen Angriff hier oh so Schnauze Bello Gott sei Dank habe ich äh noch ein bisschen gespart was diese äh Stun Munition anbelangt Aua away Oh komm schon direkt auf dem Tötsgauen das war's langweilig komm ich fahre nochmal ein bisschen rum bevor hier alles äh kaputt ist gleich Sammeln wir nochmal ein bisschen Health ein Und vielleicht auch nochmal Money Weil danach kann man das Immer nicht mehr einsammeln Hier ist noch Money Ah shit, ich bin dran vorbeigefahren So nochmal Hier hinten war da auch noch Money Ja, da ist noch Money So, und da oben Will ich auch nochmal gucken, was da so ist Guckt euch das an Hier kann ich nämlich hochfahren Ob der Köter hier mit Nachkommt Na, lieber Köter Schaff ihn mir vom Holz Das wollte ich natürlich nicht Stirb Heute gibt es kein Schappi Schnapp ihn dir Bitte? Ach shit Also, ich muss ihn irgendwie mit der Cloud Einholen Wahrscheinlich muss ich dann noch eine Exaktion Drücken oder so So Na komm schon, lass mich in die Cloud Oh, das tut mir jetzt fast ein bisschen leid Ähm, muss ich denn nochmal einholen Muss ich denn nochmal einholen Ähm Sag mir doch mal, was ich machen muss Mehr kaputt als kaputt kann ich denn ja nicht machen Ach doch, da geht tatsächlich noch eine zweite Bar runter sozusagen Das hätte ich ja nicht gedacht So Dann sammeln wir uns mal wieder Zeug ein Juhu Hier bin ich Oha Ich glaube da hinten gibt es noch Medipack Okay, dann dauert es doch noch ein bisschen länger Ich dachte man hätte schon den Punkt erledigt Aber der will noch weiter Gassi gehen So, Hälfte haben wir Die Hälfte von der Hälfte So So Habt schon Das Hämmern ist des Monkeys Jobs Das Prügeln macht mir Spaß Ja dann nimm dir doch den Scheiß hier Das dauert aber so lange, bis der sich deine Äh, äh Nice Oh, jetzt habe ich keinen Stab mehr Hübsch Coole Animation auch am Schluss Das war unglaublich Bist du der Erste, der einen getötet hat? Kann schon sein Oh, du hast es geschafft doch Ja, ja, ihr Wir beide What? Die hat überhaupt nichts gemacht Na gut Ah, mein Moped Ah, mein Moped What the fuck war das für den Blick? Ah, jetzt ist sie aber verliebt Er kann so gut mit Hunden Sagte sie Und wir sehen uns in der nächsten Folge Na ja, warte noch mal Was hier so kommt Oh, eine Zwischensequenz Kein Scheiße Will Fahr da rüber. Nun denn, es wird geladen, Flucht aus New York ist geglückt, wir haben eine Errungenschaft bekommen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bis dahin.